Malte, erzähl uns, wo sind wir hier heute? Ja, wir sind auf dem Vereinsplatz vom FST Stieglitz in der Nähe von Richtedt und heute haben wir einen FTV-Flugtag, das heißt es werden Flugzeuge geflogen über Video, Kamera und wir haben auch einen tollen Racetrack aufgebaut. Und dort gibt es gleich Rennen, also nur um die Ehre, es gibt keinen Pokal, es gibt keine Qualifikation für Bexbach leider, aber einfach nur just for fun, so wie wir das ja sonst auch immer mal an der Graf zum Beispiel machen oder so. Und ein paar Besucher werden auch hier sein, die dann auch mal eine Videobrille übergezogen bekommen und dann mitgucken können. Herr Tielek, was hat Sie heute hier verschlagen? Das gute Wetter. Wunderbar. Ein bisschen Wasserkühlung. Ja, 116 im Rückenflug. Ja, dann mach jetzt mal. Flieg mal sauber über mich. Komm, Gas. Ja, 140. Das ist schon besser jetzt. Machen wir noch ein Überflug. Hast du noch Saft? Ja, 150 geht doch. Ja, 150 geht doch. Ja, 150 . Daраж specjalist. Ja, 50 geht doch. Sindonesliga. Sindsburger? Ja. Das ist schon besser. Ja, 50 geht doch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020